Herzlich Willkommen hier Knifftner draußen zu einer weiteren Runde im Puls gegen die Welt. Ich mache mal wieder Kisten auf. Eine Kiste habe ich vom Abonnenten geschenkt gekriegt, drei vom Madden. Danke Madden. So Reunel. Das waren vier. Stimmt es waren ja die blauen, auch zwei blaue waren dabei. So als allererstes kommt eine Bison Kobalt. Die bringt schon mal gar nichts. Da ist der Schlüssel teurer als die Waffe. Gut, machen wir weiter. Dann haben wir hier noch eine Winter Offensive Kiste. Wir machen jetzt alles auf. Irgendwann muss die doch mal nett zu mir sein. Oh, es kommt eine StatTrak MP9. Die ist sicher 50 Cent wert. Oh, die hat Rosen drauf. Da wollen wir mal gucken. Oh, auf dem Marktplatz verkaufen und sie hat einen Wert von? Hält dich fest Virus. Hältst du dich fest? Es ist gnadenlos. 43 Cent. So, was bringt eigentlich gerade die Kiste, wenn ich die Kiste auf dem Marktplatz verkaufe? Dann kriege ich immerhin 9 Cent für. Also habe ich da ein bisschen Gewinn gemacht, aber abzüglich des Schlüssels wieder nichts. So, und jetzt öffnen wir diese Kiste hier. Ich bin ja immer noch für die Asimov. Dann kommt die denn endlich mal rein. Ach, leck mich doch am Arsch. M249. Ich hab glücklich, kriegste. Meinst du? Alter, sieht die Scheiße aus. Die muss unbedingt gleich weg. Und der letzte Versuch. Der letzte Versuch. Der letzte Versuch. Asimov, Asimov, Asimov. Gibt's da auch irgendeinen Trick? Hast du irgendwas Besonderes gemacht? Oh, nein. Ähm, drauf drückt und die Augen geschlossen. Ja, ich hab ne Galil Sandstorm. Geil, ne? Au. Da hast du auch schon fünf Stück von, oder? Ja, hatte ich mal fünf Stück von. So, jetzt muss ich hier auf jeden Fall noch mal für eine E-Sport-Winterkiste. Versuchen wir da auch noch mal unser Glück. Oh, ich hab noch drei Euro für auf meinem Guthaben. Das heißt, ich kann auch wirklich nur einen Schlüssel kaufen. So, und benutzen. Okay, ich schließ die Augen. Äh. Blaues Laminat. Stat-Track. Ne, doch nicht. Nein, nein, nein. Kein Stat-Track. Es ist, äh... Nur Pech, ey. Ey, echt nur Pech. Das bringt... Hast du das jetzt schon, äh, in den Schlüssel dran gebotert? Ja, weiß ich nicht. Wieder sieben Euro, oder so. Ich glaub, da hättest du ja schon ein neues Stat-Track-Awe-Profon. Ja, hätt ich, hätt ich, hätt ich. So, aber, was ich ja, äh, noch zeigen wollte, war ja der, hier, wie heißt der, Aufwertungsvertrag. Das kann ich ja jetzt auf jeden Fall machen. Vertrag öffnen. So, die rein da. So. Höp, höp, höp. Jetzt haut man diese ganzen bekackten Waffen hier rein und hofft, dass man irgendwas Besonderes kriegt. So, zehn Waffen haust du rein, die du hast. Gehst auf Fortfahren. Jetzt kommt hier Alex Vendetta, Meisterwächter 2, irgendeine Nummer, bla bla bla. Äh, ja, Vertrag absenden. Jetzt werden die ganzen Waffen hier eingetragen, wie man sieht. Das ist alles, ne, ähm, hoch hier, ja, wie soll ich sagen, notariell beglaubigt, klar. So, und, oh mein Gott, Dual Barrettas Yachthafen. Die hatte ich auch schon. Oh mein Gott. Oh, jetzt sind wir raus. Mein Inventar? So, wo ist es denn? Da. Yachthafen. Mal gucken. Bringt auf, höp, ist noch nicht in, in Steam drinne, egal. Kann ich grad nicht verticken. Aber, minimale Gebrauchsspuren und ist limitiert. Juhu. Wuuu. Wuuu. Egal. So, bin ich ausgerüstet. Ich wollte nochmal kurz bei den MPs gucken. Weil eine MP9 habe ich nämlich noch gar nicht in StatTrak. Martin, möchtest du eine Galil StatTrak geschenkt haben? Nein. Das will er nicht. Er will, er will alles normal haben, hat er gesagt. Er braucht diesen ganzen Rotz nicht. Genau. Wir, wir sind so die StatTrak Noobs. Wir stehen da drauf. Zwei und die eine brauch ich nicht. Das ist gar nicht. Left-handed geht gar nicht mehr, ne? Left-handed Model? Doch, hatte ich. Natürlich. Brauch ich doch. Left-handed geht immer noch. So, egal. Dann bin ich soweit. Ähm, Nuke nehmen wir jetzt raus. Lassen die anderen drinne, da? Dann haben wir Train, Atze, Italy, Office, Assault, Cash, Agency, Motil und Cobblestone. Auf Motil würde ich mich total freuen, aber Motil wird sicher nicht. Oh. Bist du, äh, bist du auch Linkshänder, Mademus? Nö. Nee, aber früher war, äh, früher waren alle Waffen links. Oh, wir spielen Office! Verdammt. Das ist so schwer. Allerdings. Ich bin hier der einzigst verschützende Linkshänder. Nee, hallo, das ist auch Linkshänder. Oh. Also ich bin von Hause aus Linkshänder, aber halt, äh, spiele mit rechts. Von Hause aus? Das ist ja immer bei den meisten Spielen A, aber wenn man es da schon umstellen kann. Was meinst du mit umstellen? Du hast die Maus einfach dann auf der linken Seite, oder nicht? Ja, klar. Aber halt, äh, auch... Deine Waffe nicht mehr. Ey, verlaufe ich mich doch. Voll gut, ey. Kommt YOLO um die Ecke. YOLO! Was war denn das hier? Gut bleiben. Hoffentlich, dass auch solche... ... wenn es verläuft. Ich hoffe, das sind solche Typen, die, wo sie auch gedacht haben, oh, komm, jetzt spielen wir mal. Ach, jetzt. Da hat er doof geguckt. Da kommen wir zwei Videos. Ja. Oh, shit. Da hat er nicht doof. Quick, quick! Das ist ein Link. Ja, ist ja gut. Okay, also, wir müssen ja eigentlich nur tierisch bücken. Hm, korrekt. Oh Mann, das kann ich doch nicht. Dann nehm ich jetzt mal die CZ. Hast du ne Geisel? Ja, es sind ja nur zwei Geisel, ne? Anders als früher. Ach, da ist die andere. Die eine haben, die werden sie auch schon. Fire in the hole! So. Da schieß ich die doch. Ja. Je nach. Komm, wir schon. Okay, drei Stück vorne. Komm jetzt rein. Madden ist bereit da, alles klar. Nein! Gibt's ja nicht. Du hast ja dich auch gerade richtig schön gegengeschraubt durch die Winde zu schießen, ne? Durchs Regal. Der Burst geht da sowieso scheiße. Oh. Fischer. Schnell hinterher, Digger. Oh, die haben gewonnen. Ah, ja. Er ist aber auch nicht tot zu kriegen, ne? Arf. Guter Mann. So. Kauf ich mir schon was? Nein, ne? Das wär Blödsinn. Ich brauch ne andere Pursi. Die war doof da in der Kammer. Soll Martin gegen's, äh, gegen's Regal schießen. Nicht schieß woanders gegen. Will, Billy, sie kommen! Ach, das hat ja gut geklappt. Ja. Oh, hier soll der nochmal seine One-Man-Show abziehen. Alter, warum gibt's denn hier nicht mehr Geld? Voll wenig. Du musst ja auch mal wen umbringen. Ach, ach so. Oh, das sagst du mir jetzt, oder was? So. Wir brauchen auch was zum Bratzen. Ne, ich hab auch was zum Bratzen. Hey, Billy, hier hinten kommt was. Oder hab ich mich verhört? Ne, wer kommt da noch? Oh, Gott, ich hab hier gebl! Die andere Geisel auch befreit worden? Nee, ist nicht mehr auf dem Weg. Der Hinterwacher! So, was denn das anders hingeht? Genau so meinte ich das. Bratzen, ne? Wir bratzen hier einfach kaputt. Schau, schau die Hostage sicher. Decoy! Ah, hinten in dem Büro, ich weiß nicht, wie das ist. Hä, die eine Geisel ist hier, ne, wo ist sie denn, da ist sie, ah, blind, ah, einer ist da noch. Das war nicht schlecht mit der Smoke, aber die haben mich da echt vermutet, die Arschlöcher, Penner. Ich renne bei denen über den Sporn. Noch zwei. Noa, einer ist bei denen am Ziel. Ah, 96 habe ich im Gebel. Hab ihn? Ne, das war ein anderer. Ich komme jetzt hier hoch bei den Fensterscheiben, also nicht schießen. Wo, wo, wo? Ich weiß nicht, ob der von hinten kommt oder ob der... Ja. Na, da war ich, wo ihr da war. Alter Mann, du hast aber auch nicht mehr viel Energie. Äh, reicht doch. Ich glaube, der war hinten in den Büros. Aber ... … Er hat dich versteckt, danke. Wir haben hier hinten versteckt. wo war er noch der andere erwischt das ist echt das ist eine ganz andere art hier dass das zu spielen als das hier die was Ich brauche mein eigenes Feuer in die Hälfte! Ein weiterer Außen! Ich schreibe eine Flaschbange! Terroristen gewinnen! Ich bin auf der Außen! An deren Stelle wäre ich jetzt total angenervt. Aber jetzt haben sie auch mal wieder Geld, glaube ich. Mit Ebenbandspistolen. Komm da wieder Außen! Flaschbange! Ich schreibe eine Grenade! Ich schreibe eine Flaschbange! Ja! Ich schreibe eine Flaschbange! Aaaah! Ich schreibe eine Flaschbange! Ich habe den gar nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, wo da irgendwo Schüsse sind. Weißt du? Dieses Gewehrfeuer habe ich nur gesehen. Und habe da in die Richtung geschossen. Abstauber, boy! Mann, ey! Du willst dir mit der Scout hier selber was beweisen, wa? Früher war Scouten auf der Map gar nicht. Das wäre ja auch cool, aber hier ist es nicht mehr so cool. Doch, geht voll gut. Nur Wagen. Früher ist sie zu. Nur einer vorbeikommt. Weil hier Rush hier alles ist. Da sind ja auch Großen. Da sind ja auch Großen. Flaschbange! Ah! Scheiße, hinten im Büro. Ich bin blind wie die Sau. Ach komm, das gibt's doch gar nicht. Oh, hier will ich das. Gibt's doch gar nicht. Ah, schade. Okay Virus, du machst das, ne? One man two. 71 hat er gekriegt. Hm. Ja, die retten die andere, die Arschlöcher. Weil ihr hier alles erraschen müsst, ne? Jaja. Das war überraschend. Was? Da ist nicht erschreckt, wa? Flugs nicht, dann schön durch die Gegend. Auf den Kopf. Der ist aber weit gekommen. So, jetzt holen wir mal den Lee raus. Das heißt, ich rushe nicht mehr. Hibidi. Ah, was wüssten wir? Irgendwas. Mann, echt scouten, Mann. Echt scouten. Hallo, wir wollen schon Azimap spielen. Hey, das ist keine Azimap. Oh, es ist total beliebt. Bei den Kindern zwischen elf und zwölf. Perfekt. Hibidi deckst du links, dann denke ich gerade aus. Oh, John. Oh nein, direkt vor mir. Genau der. Oh ja, Chuck Fu. Ah, genau. Oh, oh, das war so schlecht von mir. Au. Das ist zu wild. Ah, so mit Azimap kommt direkt drauf. Wachen wir mal. Ich lasse meine Arfe liegen. Deppen. Okay. Ja. Ich dachte, das ist der Fall, um Garner. Mach ich jetzt ein bisschen Arsch-Sitting wirklich jetzt. Ohne Flags. Ich mach das nicht mehr mit hier. Kannst du das? Ja, ich mach jetzt Arsch-Sitting. Oh doch. Oh Mann, sorry. Sorry, ich wollte gegen den Arsch sitzen weiter. Du, du, du. Alter, wo war'n der? Der hat mir mal eigene Teamkamera da schon. Ja. Da komm mal rein. Warte. Da kommt noch einer. Ich decke die andere Seite. Oh Mann, scheiße. Ah, schiss. Oh, oh, oh. 5-5. Oh, 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 oh. Hm. Eigentlich müssen wir doch nur warten, bis wir vorne dran sind oder schmeißen wir Nades. Wer ist los? Let's go! Ja. Oh, Virus. A, ne, man ist das vor mir. Alles klar. Alles klar. Ne, kommst du ruhig. Dann schieß ich dir! Ne, Aires-Ding-E-Rinn-Elin. Oho, die AWP hat mich gesehen. Achtung, AWP, Alex. Ja. Warte. Hab ich. Ist noch einer rechts rum. Schön. Ich bin auf die andere Seite. Ja, da musste ich noch einsetzen. Hier. Ah, letzte noch wo die AWP war. Ah, schön. Ich hol mir ein Getränk, will noch jemand was? Bitte keine Leid. Die haben in Amerika nur diese blöden Zero Produkte, weil die alle so fett sind. Ey, ich kann mich da nicht rausnehmen, ich trinke auch nur noch Zero. Ja, da kann man sich voll schnell dran gewöhnen. Das ist Zero finde ich ekelhaft. Äh, da kriege ich immer noch Schmerzen. Wie gesagt, muss man sich dran gewöhnen. Leid okay, aber Zero ist... Leid ist... Ne. Eieieiei. Eieiei. Wollen wir euch outside oder rein? Oh, wow, wow, A, wer in der Mitte. Wer, wer sitzt denn da vor dem Gang? Madden rechts von dir. Ja, ja, ich hör dich. Boah, das ist voll abreichend. Der ist ganz schön gut. Ja, der ist echt gut. Der leckt voll ab. Oh. Oh, Virus. Oh, er hat getroffen, komm, er hat getroffen. Ja, ich glaub, der hat einen Ace, ja. Ah, holen wir den Harvey raus. Hast du zu viel Geld her? Die sind hier arm. Ich hab ganz viele Runden nichts gekauft. Arm von dir. Aber ich, ich seh schon, komm, die werden, die werden so derbe abbücken, dass wir da gar nicht rein kommen. Let's go, let's go! Wie, äh, wer ist denn hier? Hillbilly. Ich gucke geradeaus, du guckst rechts, oder wie machen wir's? Ja. Oh, ne, war rechts grad die Awe? Zeit, kommen wir noch nicht hin. Ja, 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 komm weg. I'm throwing a flashbang. Habe weg. Auch Zeit, kommen wir hier rein. Boah, halb im Loch ein, ja. Oh, sicher. Biss mal. Flashbang. Guck mal, ist doch am Prolagang oder was passiert. Am Automatikang sind zwei. Kommt von hinten was, oder was? Ja, am Automatikang waren zwei. Mal leg die Wache. Guck schon, zeig dich. Komm schon. Andere Geiseln noch da? Ja, ne? Ach, schau, das gibt's doch gar nicht. Geht ihr zur anderen Seite? Jetzt sehen wir, wie's, äh, gleichzeitig dann rauskommen sollen. Wo, 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 wo. Ja, bleiben wir hier hinten jetzt, ne? Scheiß auf die Gänge. Echt. Es hilft nichts. Wir sterben. Wir müssen's machen wie die jetzt. Also, wenn die jetzt da gleich dran sind. Ne Bison, ey. Hab ich 60, 64 Schuss zum Durchratzen. Oh, wo setz ich mich hin? Ich hab hier in die Ecke. Kann mich rechnen, keiner. Warum ich hinten bin? Hey Billy, du bist, du bist viel zu riskant. Komm zurück. Oh nein. Wo ist denn die Geisel bei uns da? Schön gekommen, ja. Ja, hier links. Hier drinnen. Die Switch, Mann. Mal, ist sie hier drinnen? Ja. Okay, Hillbilly deckt da noch ab. Das heißt, ich decke hier vorne den Gang. Aber ich seh nichts. Ah, ich seh nichts. Ich seh nichts. Ah, ich hab den erwischt. Ja. Oh nein. Oh verdammt. 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 Letzte Runde. Oh. Jo, hm. Jo, hm. Jo, hm. Wenn's sein muss. Ja, dieses Absitzen ist auch scheiße, ne? Da schätzen Leute meine Maske auf. Mama, hast du ne Maske auf? Da kommt einer um die Ecke. Der weiß sofort wo ihr huckt. Es gibt's auch gar nichts. Ah, außen. 73. Oh nein. Nein. Stopp doch. Hast du der Geisel erstmal eins gedrückt, wa? Guck dir den Blutfleck hinter hier an. Ja, da gibt's die Kosten doch richtig. Meine Herren. 1500. Aber ist ja egal. War ja letzte Runde. Da hätten wir den gleich welche geben können, den Geiseln. Okay, die machen was. Links lang oder rechts lang? Ist ja einfach. Oder? Wir müssen ja eh zusammen bleiben. Ja. 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 Tja. Da sind zwei. Störbt doch! Hinter euch! Alter, krass! Krass! Da war ja, da war... Das war wie bei Star Wars, weißt du, wenn da die ganzen Laser so sahen. Das Gute ist, hier auf CT-Seite kriegen wir auf jeden Fall mehr Kohle. Okay, da sind zwei in dem Gang. Das heißt, zwei sind auf der anderen Seite. Wir sind gearscht. Wir haben keine Chance. Okay, Madden macht Sniper. Ja, der ist schon zu smoken. Ja, die bücken. Haha, durch den Rauch treffen die mich vor, ey. Warte, da kommt was. Ist der über die Mitte gelaufen? Schön. Aber der hat auch noch keine Waffe, die sparen. Links rum muss ich weg an. Ah! Mann, nur noch frei, das hat sie. Ah, ich dich nervös gemacht hättest. Ach, Quatsch. So, auf geht's. Bratzi-Venditta ist wieder unterwegs. Bratzi? Bratzi! Bratzi! Mann, der hat das Feuer geworfen. Das ist ja frech. Ah, zu gehen, da hat so was schon was. Ah, ja. Ähm. Madden, da ist links, einer in der Mitte. Einer noch in der Mitte. Oh nein, mich hat der eigene Typ geküsst. Alter, das war aber... Knapp. Mhm. Das war sehr knapp. Ging auch total schnell vorbei, ne? War so ein Idiot, schießt er mir gegen den Hinterkopf, ne? Und ich wundere mich, was von hinten schießt. In den Hinterkopf. In den Hinterkopf. Nur weil der Monkey D. Ruffy als Avatar hat. Denkt er ist cool. Als Fem sind wir richtig, was hättest du. Vorsicht! Hey, der ist gefährlich, der Typ. Pots da durch. Oh, shit. Rechtsentgang. Kommt raus. Oh, ne. Geh weiter, hier, Billy. Letzte, ja. 50, hätte du. Ah, mitte, 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 mitte. Lauf, lauf, lauf. Lauf nach rechts. Lauf, bring die Geisel ins Trockene. Ah. Dreckig, ey. Oh, 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 wir können's packen. Weißt du, jetzt hier, wo wir kämpfen müssen, ne? Der Madden hat auch gut aufgeholt mit seinen Kills, jetzt. Da war ich nicht mehr so assig, was im Spiel. Ach, endlich. Let's not lose a hostage. Wollt's nicht sagen, aber. Throwing smoke. Covering with smoke. Flashbang out. Fire in the hole. Grenade. Oh, geil. Der hat mich da geblendet. Öh, wie aus? Ja, ja. Oh. Ah, noch. Dann der Geisel, ne? Hab der echt gedacht? Alter, ich hab deswegen die blöde Geisel getroffen. Wegen dem Assi. Hat er extra super Volt. Alter, das ist, das ist doch scheiße, sowas. Da ist ein Rettungskid. Also seht ihr, wir haben hier mehr Kohle als auf der anderen Seite. Jedenfalls bilde ich mir das ein oder rettiere. Ja, das ist. Mhm. Töten. Das ist die Windmacht. Throwing smoke. Throwing flashbang. We're in the hole. Flashbang. Flashbang out. Flashbang. Oh nein, oh nein. Die Geisel ist doch gleich weg. Ja, ja, ist schon weg. Oh, 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 oh. Wer hätte gedacht, dass sie noch schlechter bücken können als wir. Okay, was nehmen wir. Ich glaube, ich bleib mal wieder, wenn ich dann das nüften. Make the Bureau proud. Decor ist out. Decor ist out. Warum zeigt sich denn keiner? Oh, da sitzt eine Aave. Verfickt. Flashbang out. Virus genau geradeaus da bei diesen, bei diesen, ähm, Madden auch auffassend. Genau da Aave. Ja, ich war drauf. Ja, hab ich gesehen. Ah. Ja, der Aave-Typ da, da sah man nur die Schulter, ne? Das war total bekackt. Das versuche ich auch mal. Dass er nur meine Schulter sieht. Okay, das heißt also, die bücken jetzt wirklich komplett bei den Geisel. Die kommen nicht mehr nach vorne in den Gang und so, ne? Come on, let's go! Hm. Okay, langer Gang, schon einer weg. Also, zwei sind auf jeden Fall. Auf jeden Fall auf der rechten, wir rufen, ach, doch nicht da hin. Was denn? Da war aber einer. Ja, aber in den Linksraum wär's geil. Ach, komm. Komm mit dir. Ist gerade neigschlichen. So, dann nur noch der Aave-Typ. Ich könnte schwören, ich hab den getroffen. Oh, 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 oh. Mieser Hund, ey, der. Mieser Hund. Oh, oh, oh. Genau, blöd. Ich kann dir dann bevor ich sie gleich holen. Nein, ich kann mich so... Oh, oh, oh. Virus, hast du ne P90 für mich? Wär die drinnen bei dir oder was willst du kaufen? Oh, oh, oh. Oh, oh, knapp. Ähm, Thomas. Also, bei denen hilft eigentlich nur blödes Gebratze. Lebe ich noch, lebe ich noch, lebe ich noch. Wuhu. Ich lebe noch. Die Aave hab ich schon angefickt. Oh nein, rechts war ja auch noch einer. Die Domen. Schön, Virus. War andert, zieht sich da hin zurück? Ja. Ihr solltet zusammen agieren, glaube ich. Oder nicht? Oder nicht? Ach, komm. No. Der weiß immer ziemlich genau, wo die Leute sind. Irgendwie. Ja, komischerweise. Oh, das dauert zu lang. Der ist dauer zu lang. Escorting Hostages. Rechts. Ach, komm. Der ist doch nicht sauber im Hören. Das ärgert mich so. Ey, wir wissen, wo dieser Arbe-Typ sitzt, ne? Und trotzdem, man sieht immer nur seine befickte Schulter und er stirbt nicht. Der Bug, der sich da entwandert, was macht der? Ja, ich weiß auch nicht. Du siehst nur seine Schulter hinter diesen blöden Kasten da. Oh, einer weg in den Gang. Oh, ich dachte, du passt da auf. Ne, konnte ich nicht. Ich wurde gerade weggetrieben durch Feuer. Es sind zwei da drin. Alter, was? Das machen müssen wir ich da einfach rein. Ja, das machen wir jetzt nächste Runde, okay? Dann rennen wir zusammen da einfach rein. Man muss sich nur weit rechts halten, ne? Ja, dann zieh dich da an, wir schützen. Sehr gut. Der Typ ist so fantastisch, oder? Ist der gut? Ja, sehr. Das ist schon das dritte Mal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, wir dürfen gar nicht mehr verlieren. Ich nehme jetzt einen App-Up-Gun. Habe ich auch überlegt. Ja, automatisch. Ja, komm, nehme ich auch. Hier müsste einfach nur die Arbe smoken. Hat jemand eine Smoke? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das ist schlecht. Äh, sie sind voll krank. Total schön. Ah, war es gekriegt. Oh, er ist tot. Oh, war es tot, wenn ich bin's. Oh, vor hinten ist er. So. Ja. Nein. Krass. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Komm ich da in den Gang rein. Also da, links. Ja. Ich habe ja noch Zeit. Hey, ich habe nur noch 15 HP und diese bekackte Waffe. Moan. Schon wieder? Oh. Oh, die Käste. Ach so, ja, komm. War ein gutes Spiel, war ein gutes Spiel. Ja, meine lieben Freunde, das war eine weitere Runde. Impuls kriegt auch die Fresse. Alles Killer, guck. Oh, ja. Also der Shuck-Fu-Typ, weißt du, der hat das echt drauf gehabt. Ohne Flachs. Der hat richtig geil gesniped. Den anderen habe ich gar nicht so wahrgenommen, der da oben steht. Echt nicht. Den habe ich gar nicht. Also mit dem hatte ich die wenigsten Auseinandersetzungen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Haut rein und bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.